Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy & Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und meine große Vision ist es, oder das, was ich gerne in die Welt bringen möchte, so viele Menschen wie möglich für ihren eigenen persönlichen Weg zu begeistern, für ihre eigene persönliche Spiritualität zu begeistern und hier im Podcast so viele Tools, Menschenmöglichkeiten zu erschaffen, die dich darin unterstützen, wirklich in Kontakt mit dir zu kommen, mit deiner Essenz zu kommen, mit deiner Kraft zu kommen. Und ich nehme dich dabei immer auch ganz viel mit in mein Leben, in meine Themen, denn Spiritualität zu leben und Persönlichkeitsentwicklung zu leben bedeutet, dass du eigentlich immer und konstant irgendwo auch Herausforderungen in dem eigenen Leben hast und bewusst damit versuchst zu arbeiten. Und in dieser Folge geht es um das Thema, mein absolutes Nummer-eins-Thema, ich würde sagen so seit einem Jahr, wo ich gerade sehr lernen darf, damit umzugehen, ist, gesunde Grenzen zu setzen. Es ist für mich wirklich eins der herausforderndsten Dinge, die ich in meinem Leben lernen durfte und bis jetzt ist es für mich auch immer noch so, ich bin da noch nicht angekommen, dass ich wirklich sage, okay, jetzt bin ich wirklich da so klar und kann das so gut, aber nichtsdestotrotz habe ich wahnsinnig viel gelernt in den letzten Monaten, im letzten Jahr, um immer mehr und immer gesünder dahin zu kommen, gesünde Grenzen zu setzen. Und ich will dich gerne in dieser Folge heute mitnehmen. Was sind gesunde, emotionale Grenzen überhaupt? Wie kannst du die setzen? Warum ist es so wichtig, die zu setzen? Und wie kannst du damit umgehen, wenn du, so wie ich, ein Riesenschisser bist, Grenzen zu setzen und dein ganzes System in Panik gerät, wenn du klar sagen sollst, dass du etwas nicht möchtest oder zu sagen, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Vielleicht kennst du das. Für mich ist es auf jeden Fall sehr, sehr challenging gewesen und zum Teil ist es immer noch. Und ich will dich gerne ein bisschen mitnehmen auf den Weg und hoffe, dich da auch zu inspirieren oder dich zu unterstützen, das auch in deinem Leben besser zu meistern, weil es einfach so, so freaking wichtig ist, Grenzen zu setzen. Das ist das, was ich im Moment lerne und ich wirklich sehe so, wow, okay. Die Konsequenzen davon, keine Grenzen zu setzen, sind massiv. Und darum geht es heute. Also, are you ready, my friends? Dann würde ich sagen, starten wir los. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut und dass du gerade an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du, egal welche Stürme da draußen um dich toben oder vielleicht sogar in dir toben, dass du weißt, dass du geliebt bist, dass du wertvoll bist und dass es richtig und gut ist, dass du hier bist. Und dass wir alle auf unsere eigenen Arten und Weisen strugglen und dass das dazugehört. Und dass das Schöne aber ist, wenn wir uns die Hand geben und diesen Weg zusammenlaufen. Und darum geht es heute hier und eigentlich immer in diesem Podcast. Also, welcome, 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 my friends. Und was gibt es noch? Gibt es irgendwas Wichtiges gerade? Ansonsten noch? Nee, ich glaube nicht. Ist auch egal. Wir fangen jetzt einfach an. Los geht's. So schön, dass du hier bist bei diesem Podcast, zu dem ich mich relativ spontan entschlossen habe, ihn doch heute aufzunehmen. Eigentlich dachte ich mir so, ja, ich nehme den irgendwann auf. Und ich wollte eigentlich gerade zu einem ganz anderen Thema im Podcast aufsetzen. Habe dann aber gerade eine Nachricht bekommen von einem Menschen, wo ich gerade auch lernen darf, gesunde Grenzen zu setzen. Und diese Nachricht hat mich so getriggert, dass ich dachte, maybe eine gute Idee, doch jetzt diesen Podcast aufzunehmen, um mich selbst an all das zu reminden, was ich gerade so lernen darf. Also, am Ende ist dieser Podcast genauso für mich wie für dich, wie alle meine Podcast-Folgen. Und es geht, wie im Intro gerade schon angekündigt, um das wunderschöne, angstmachende Thema Grenzen setzen, emotionale Grenzen setzen. Das Wort Nein zu benutzen und keine Angst davor zu haben vor den Konsequenzen. Und wie macht man das eigentlich? Warum ist das so wichtig? Und wie gesagt, ich habe mich relativ spontan dazu entschlossen, diese Folge jetzt aufzunehmen, weil ich einfach meiner Intuition folge. Das heißt, es kann sein, dass sie relativ unstrukturiert ist. Ich versuche es trotzdem so strukturiert wie möglich im Flow hinzubekommen und würde damit anfangen, erst einmal zu versuchen zu definieren oder zu beschreiben, was sind eigentlich emotionale Grenzen und warum ist es so wichtig, emotionale Grenzen zu setzen. Also, emotionale Grenzen oder überhaupt gesunde Grenzen zu setzen, bedeutet, im richtigen Moment, wenn es für dich gesund ist, Ja und Nein sagen zu können. Ganz klar kommunizieren zu können, ja, das will ich, nein, das will ich nicht. Unabhängig von der Reaktion deines Gegenübers. Also, dass du deine Entscheidung nicht von den Gefühlen deines Gegenübers abhängig machst, sondern bei dir bist, für dich guckst, ist es für dich richtig, ist es das, was du jetzt gerade brauchst oder ist es das nicht. Also, es geht bei emotionalen Grenzen wirklich darum, klar sagen zu können, das gehört zu mir und das gehört zu dir. Bei emotionalen Grenzen geht es auch darum, zu verstehen und das ist für mich so der größte Stretch, zu verstehen, weil das wirklich etwas ist, was ich lange nicht konnte und was ich immer mehr lernen darf. Du bist nicht verantwortlich für die Gefühle anderer erwachsener Menschen, mit denen du in Kontakt bist. Du bist nicht verantwortlich für die Gefühle anderer Menschen, mit denen du in Kontakt bist. Ich weiß, für manches ist diese Information neu. Du bist verantwortlich für deine eigenen Gefühle. Du bist verantwortlich für deine innere Welt. Du bist verantwortlich für deine Bedürfnisse. Du bist verantwortlich für dich, für deine Gesundheit. Dafür bist du verantwortlich. Und genauso wie niemand sonst für deine Gefühle, also genauso wenig wie du sozusagen verantwortlich für die Gefühle von jemand anderem bist, sind auch andere Leute nicht verantwortlich für deine Gefühle. Also, es geht in beide Richtungen. Das ist schon mal super wichtig zu verstehen. Und überhaupt erst mal auf diesen inneren Stammpunkt zu kommen von, okay, ich bin nicht für die Gefühle meines Gegenübers verantwortlich. Klammer auf. Achtung. Das bedeutet natürlich nicht, wie eine Dampfwalze durchs Leben zu gehen, irgendwelche Menschen zu beschimpfen und sich vollkommen irrational zu verhalten. Wir reden hier jetzt wirklich von normalen Konflikten, von einem normalen, bewussten Miteinander. Was aber nichtsdestotrotz natürlich oft auslösen kann, dass Erwartungen im Feld sind, die an dich gerichtet sind zum Beispiel, wo du aber dann nicht bereit bist, sie zu erfüllen, wodurch sich ein Konflikt ergibt, weil auf der anderen Seite dann zum Beispiel Enttäuschung entsteht. Ja, das ist jetzt etwas, worüber ich spreche. Also, es geht nicht darum, natürlich bist du dafür verantwortlich, wenn du jetzt jemand anderen beschimpfen würdest, beleidigen würdest, keine Ahnung, wirklich gewalttätig sein würdest. Also, all die Dinge, die jemand anderen wirklich verletzen, im Sinne von per Definition emotional oder physisch verletzen können, natürlich bist du dafür verantwortlich. Und da ist auch wichtig, Verantwortung für zu tragen, ist klar. Aber wir reden jetzt hier über ein normales, alltägliches Miteinander mit unserer Familie, mit unseren Partnern oder Partnerinnen, mit unseren Kindern, mit unseren Arbeitskollegen, mit Menschen, mit denen wir im Austausch sind, wo immer wieder ja Situationen entstehen, wo man merkt so, wow, okay, warte mal, irgendwie war da jetzt gerade eine andere Erwartung da an mich vielleicht, es ist eine Enttäuschung da auf der anderen Seite oder man hat was gesagt, was durch die Abgrenzung zu einer Enttäuschung auf der anderen Seite geführt hat oder zu Wut auf der anderen Seite geführt hat. Gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge, die da passieren können. Und es ist so spannend, in dem Moment, wo du anfängst, bewusster zu werden mit deinen eigenen Grenzen, wenn du zum Beispiel jemand warst, der vorher keine Grenzen gesetzt hat, wenn du anfängst, Grenzen zu setzen, ist es sehr spannend zu sehen, wie das Umfeld darauf reagiert. Es ist sehr, sehr spannend. Und was wichtig ist, hier in dem Kontext eben auch zu sagen, die meisten Menschen bei fast uns allen, wir laufen ja alle immer auf unserem Autopiloten und die allerwenigsten Menschen sind sich ja überhaupt bewusst darüber, was die ganze Zeit in ihnen passiert, auch emotional. Ja, das heißt, auch wenn du jetzt zum Beispiel, also typisches Beispiel, du bist vielleicht verheiratet und bist eingeladen bei deinen Schwiegereltern, dann, du möchtest aber nicht zu deinen Schwiegereltern gehen, aus welchen Gründen auch immer. Deine Gefühle sind übrigens absolut legitim. Du darfst für dich denken, ich möchte da nicht hingehen. Und wenn du dafür deine Gründe hast, dort an diesem speziellen Tag, was auch immer es ist, jetzt Ostern zum Beispiel, nicht hinzugehen, dann ist es nicht in deiner Verantwortung, welche Gefühle du sozusagen bei deinen Schwiegereltern auslöst, dafür, dass du an Ostern nicht dahin gehst. Sondern deine Verantwortung ist es, integer in dir zu sein. Deine Wahrheit zu sprechen, zu sagen, ja oder nein. Bei dir integer zu sein, das natürlich auf eine liebevolle Art zu kommunizieren, aber nichtsdestotrotz, wenn du etwas nicht möchtest, hast du das Recht, nein zu sagen. Und das erst mal so als kleines Intro, wenn wir über gesunde Grenzen sprechen, gesunde Grenzen setzen sprechen, so rum, dass es wirklich darum geht, dich auf diese innere Haltung zu stellen, zu sagen, ich bin nicht verantwortlich für die Gefühle meines Gegenübers. Wir sind alle erwachsene Menschen, ja wir haben alle unfassbar viele verletzte innere Kinder in uns, aber nichtsdestotrotz sind wir alle erwachsene Menschen. Und es ist unsere Aufgabe als erwachsene Menschen, zu diesen erwachsenen Menschen zu werden und Verantwortung für unsere eigenen Gefühle zu übernehmen. Und nicht die ganze Zeit andere Menschen dafür verantwortlich zu machen, was in uns passiert. Und ja, natürlich kann es sein, dass etwas im Außen ein Gefühl in dir bewirkt. Nichtsdestotrotz ist es dein Gefühl und es ist deine Verantwortung, mit diesem Gefühl umzugehen. Genauso bei deinem Gegenüber. Und jetzt kann es sein, dass du vielleicht wie ich oder wie viele andere Menschen auch in einem Umfeld aufgewachsen bist, wo es emotional für dich vielleicht nicht sicher war, so zu sein, wie du bist und gleichzeitig, wo es vielleicht für dich auch wahnsinnig unbrechenbar war, welche Emotionen um dich herum sind. Das heißt, du hattest kein wirklich stabiles, emotionales Feld um dich herum, wo du als Kind die Möglichkeit hattest, gut und klar zu lernen, deine Bedürfnisse zu kommunizieren und auch zu sagen, nein, das will ich zum Beispiel nicht. Oder zum Beispiel zu sagen, ja, das will ich. Vielleicht wurde es nicht respektiert, vielleicht wurde es nicht gehört, vielleicht gab es überhaupt gar nicht erst den Raum, es zu kommunizieren. Und wenn du so aufwächst, dass du immer lernst, im Englischen sagt man so schön, to walk on eggshells, also wenn du immer so das Gefühl hast, schon als Kind, du warst eigentlich immer, wie sagt man das denn auf Deutsch, so auf Zehenspitzen unterwegs, dass du immer wusstest, okay, der und die fühlt sich so, der und der fühlt sich so, ich darf jetzt auf gar keinen Fall das sagen, ich darf nicht das machen, weil wenn ich das sage, dann gibt es direkt einen Konflikt oder dann gibt es irgendwie Liebesentzug oder irgendeine Form von Bestrafung oder was auch immer. Und wenn du dieses Verhalten für dich nicht später erkennst, dass das dein Muster ist, dann kann es sein, dass du das natürlich mitnimmst in deine Beziehung. Es kann sogar sehr gut sein, dass du das mit in deine Beziehung nimmst. Und das war für mich zum Beispiel eins der, ja, der Dinge, die ich wirklich in den letzten Monaten, Jahren so klar für mich erkenne, dass einer der größten Fehler, in Anführungsstrichen, Fehler ist es natürlich nicht, aber dysfunktionalen Muster, die in mir wirken, die ich mit in Beziehung gebracht habe, ist, dass ich keine Grenzen gesetzt habe, dass ich nicht gesagt habe, nein, das will ich nicht oder, ne, das funktioniert für mich nicht. Weil ich eine heiden Angst hatte vor der Konsequenz. Und ich da lieber sozusagen den Shit gefressen habe, um es aus gut Deutsch zu sagen, also lieber irgendwie dann Dinge akzeptiert habe, die ganz, ganz klar gegen mich, gegen meine Werte auch sind, aus Angst davor, dafür einzustehen und Grenzen zu setzen. Aus Angst davor, dann jemanden zu verlieren, aus Angst davor, jemand anderen zu verletzen, aus Angst davor, ein schlechter Mensch zu sein, ein falscher Mensch zu sein, ein böser Mensch zu sein. Wow, und das war für mich wirklich in den letzten Monaten eine der intensivsten Erfahrungen, die ich gerade mache, wirklich aktiv zu lernen, nein zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und was ist das Gute daran, wenn man lernt, diese Grenzen zu setzen? Wir alle kennen dieses Gefühl, wie viel Angst uns das machen kann, Grenzen zu setzen, vor allen Dingen, wenn wir in einer Umgebung aufgewachsen sind, wo es eben gefährlich war, Grenzen zu setzen für uns, wo wir gelernt haben, ah ah, don't do it, don't go down that road. Wir alle kennen das, wie sich das dann heute anfühlt und wie viel Angst es machen kann, Grenzen zu setzen. Und gleichzeitig will ich dich so gerne dazu empowern und einladen und begrüßen und willkommen heißen, im Club der Nein-Sager im Sinne von wirklich Grenzen zu setzen, weil es dir so viel Energie geben wird. Es wird dir so viel Energie geben, deine Bedürfnisse zu kommunizieren, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen oder Ja zu sagen zu Dingen, die du machen möchtest. Nichtsdestotrotz, was die anderen wollen. Dass du dir diesen Raum nimmst, deine Gefühle als absolut legitim für dich zu sehen, zu sagen, ich darf mich so fühlen, ich darf das wollen und ich habe auch alles Recht erwähnt, das zu kommunizieren. Und was dann damit passiert, das kann man dann im nächsten Schritt sehen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es noch nicht mal eine Option, das zu kommunizieren. Eine lange Zeit in meinem Leben. Und umso mehr ich da gerade reingehe und umso klarer ich da werde, obwohl es unfassbar beängstigend ist in vielen Momenten, gibt es dir so viel Energie zurück, weil du eben plötzlich nicht mehr die ganze Zeit nur im Außen bist und guckst, okay, was will er oder sie, was will er oder sie, was muss ich dafür tun, was, ne, die ganze Zeit irgendwie zu versuchen, alles zu fixen. Das kommt nämlich auch noch dazu, wenn wir keine emotionalen Grenzen setzen, ist es so, dass wir uns sehr, sehr häufig wirklich verantwortlich fühlen für das Glück anderer Menschen. Du kannst aber niemand anderen glücklich machen. Das ist nicht möglich. Wenn der andere Mensch nicht glücklich sein will, kannst du da nichts machen. Es ist nicht in deiner Verantwortung. Und was dann eben auch oft passiert in diesem ganzen Kontext ist, wenn es dir nicht gelingt, überhaupt in Kontakt zu sein mit dir, mit deinen eigenen Bedürfnissen, mit dem Menschen, der du bist, dann führt das häufig dazu, dass du deine innere Welt, deine Gefühle, so wie es dir geht, komplett davon abhängig machst, wie es deinem Gegenüber geht. Vielleicht kennst du das auch, dass wenn dein Gegenüber, vielleicht dein Partner, deine Partnerin, Freunde, jemand, der dir nahesteht, Arbeitskollegen, wenn die richtig schlechte Laune haben, dass du wie so ein Chamäleon bist. Du hattest eigentlich voll gute Laune, bist richtig gut drauf, kommst rein, siehst die andere Person und plötzlich verfärbt sich deine gute Laune in so ein graues, schwarzes, schlechte Laune-Ding. Einfach, weil du wie so ein Sponge, wie so ein Schwamm die Energie und die Gefühle von jemand anderem übernimmst. Warum? Weil du keine Grenze setzt. Weil du nicht sagst, deins, meins. Und jetzt kommt's. Ich hatte eine Erkenntnis vor kurzem, ich weiß nicht, ob es für dich auch eine Erkenntnis ist, für mich war es eine ziemlich powervolle Erkenntnis, weil ich eben auch zu diesen sehr empathischen Menschen gehöre, die Gefühle von anderen Menschen nicht nur extrem fühlen und spüren, sondern eben auch dadurch, dass ich lange Zeit keine Grenzen gesetzt habe. Ich war da überschwamm. Ich war so Übergefühlschameleon. Egal, wo ich war, ich habe die Gefühle angenommen. Crazy. Und nicht nur das, sondern, was die Erkenntnis für mich war, war, dass dadurch, dass ich so sehr mit anderen Menschen mitfühlen kann und fühlen kann, was sie fühlen, und dadurch natürlich oft auch großes Mitgefühl habe mit anderen Menschen und ich mich so mit ihren Gefühlen identifiziert habe, hatte ich das Gefühl, gar keine Grenzen setzen zu dürfen, weil ich ja dann den anderen Menschen wie im Stich lassen würde in seinem Leid oder in seiner schlechten Laune oder in seiner Herausforderung, weil ich bin ja jetzt verantwortlich, diesem anderen Menschen zu helfen, da rauszukommen. Die Erkenntnis, die ich hatte für mich, kannst gucken, ob die auch mit dir resoniert, war folgende. Die Erkenntnis war, ich darf mit jemandem Mitgefühl haben. Ich kann in meinem Gegenüber sehen, was er oder sie vielleicht für eine traumatisierende Kindheit hatte. Ich kann sehen, vor welchen Herausforderungen er oder sie gerade steht. Ich kann sogar sehen, warum er oder sie sich gerade so verhält, wenn er oder sie zum Beispiel gerade verletzend ist oder Dinge tut, die so hardcore gegen die eigenen Grenzen gehen. Ich kann das alles sehen. Ich kann sehen, wie verletzt mein Gegenüber ist. Ich kann sehen, was da an dysfunktionalen Mustern wirkt. Ich kann das alles sehen. Ich kann es fühlen. Ich kann ein Mitgefühl sein. Und ich kann trotzdem eine Grenze setzen. Und das miteinander zu verbinden, kann so unfassbar heilend für dich sein, kann so unfassbar transformierend sein. Denn es bedeutet dir selbst das Recht zu geben, zu sagen, ich sehe dich in deinem Schmerz. Ich sehe dich in all dem, was gerade bei dir nicht funktioniert. Ich sehe dich in all diesen Dingen. Und trotzdem möchte ich nicht so behandelt werden. Trotzdem möchte ich nicht, dass das, das oder das passiert. Trotzdem möchte ich nicht mit dir in Kontakt sein, was auch immer die Konsequenz ist. Aber du hast das Recht, dich von Menschen abzugrenzen, die dir nicht gut tun. Auch wenn du sehen kannst, wie verletzt sie selbst sind. Und das für sich selbst zu verstehen, kann alles verändern. Weil es dich aus dieser Verbindung trennt, für andere Menschen da sein zu müssen, weil es ihnen nicht gut geht, obwohl sie dir auch nicht gut tun. Und das heißt nicht, dass du nicht auch für Menschen da sein kannst, denen es nicht gut geht. Natürlich. Ja, das heißt nicht jetzt zu sagen, nö, so ich sehe, dir geht es nicht gut und ich habe da keinen Bock drauf, es ist mir gerade zu anstrengend. Nein, es geht darum, dass es Menschen gibt, denen es nicht gut geht und die sich Entschuldigung verhalten wie ein Arsch. Und wenn das so ist, dann darfst du dich davon abgrenzen. Die Erlaubnis hast du und du hast die Erlaubnis, dich aus Beziehungen zu lösen, die dir nicht gut tun. Auch wenn es deinem Partner, Partnerin, wem auch immer, nicht gut geht. Du bist verantwortlich für dich. Du bist verantwortlich für deine emotionale Gesundheit. Du bist verantwortlich für deine Gefühle und du bist verantwortlich für deine Bedürfnisse. Und du darfst Orte und Menschen und Situationen verlassen, die dir nicht gut tun. Und diese Erlaubnis musst du dir selbst geben. Kann das zu einem noch größeren Konflikt führen, als der, der bereits da ist? Holy shit, ja. Natürlich. Denn das war das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es gibt Menschen, die werden nicht damit klarkommen, wenn du plötzlich anfängst, Grenzen zu setzen. Die werden damit ein riesiges Problem haben. Und die werden dir dann sagen, was du für ein Mensch geworden bist, wie böse du plötzlich bist, was mit dir los ist. Die werden alle möglichen Dinge zu dir sagen, damit du wieder anfängst, das zu tun, was sie von dir wollen. Und das tut weh. Und das ist schwierig. Und es ist dann noch schwieriger, bei der Grenze zu bleiben, weil dann geht sofort die innere Stimme an. Stimmt, bin ich vielleicht doch ein schlechter Mensch gewesen? War das jetzt doch nicht richtig? Hätte ich doch irgendwie da einfach das machen sollen? Oder? Wir kennen es alle. Lass dich nicht von Menschen manipulieren, die versuchen, dir weiszumachen, dass es falsch ist, auf dich selbst zu hören. gesunde Grenzen zu setzen. Denn das werden immer Menschen sein, die bis jetzt davon profitiert haben, dass du es nicht machst. Und natürlich geht in denen die Hölle an, wenn du plötzlich sagst, warte mal kurz, irgendwie fühlt sich das für mich nicht richtig an. Irgendwas geht hier gerade in eine ganz falsche Richtung. Ich sag mal Stopp. Und mit dem Wort Stopp können Menschen, die bis jetzt davon profitiert haben, dass du deine Grenzen nicht setzt, gar nicht gut umgehen. Bedeutet, es braucht ein hohes Level an Bewusstsein für dich, für deine Bedürfnisse und ein hohes Maß an Selbstliebe und Selbstbewusstsein, zu sagen, und ich bleibe da drin, ich bleibe in meinem Nein. Und ich halte jetzt diesen Konflikt im Außen aus, denn dieser Konflikt im Außen ist letztlich nur ein Zeichen dafür, dass du gerade mehr in deine Essenz kommst, dass du gerade echter, authentischer, ehrlicher und liebevoller mit dir wirst. Alles andere war keine Liebe da draußen. Nicht, wenn das die Konsequenz ist. Denn jeder Mensch, der dich wirklich liebt, und das ist die andere wunderschöne Erfahrung, die ich gerade in meinem Leben machen darf, ist, die Menschen, die dich wirklich, wirklich lieben, die werden dir applaudieren, wenn du eine Grenze setzt. Die werden sagen, geil, die werden dir nicht nur applaudieren, wenn du eine Grenze setzt, die werden dich bewusst auffordern, Grenzen zu setzen. Die werden dich fragen. Die werden sagen, hey, passt das für dich? Ist das gut für dich? Fühl doch mal rein. Was brauchst du denn gerade wirklich? Und wenn du dann deine Bedürfnisse kommunizierst, wenn du deine Grenzen setzt, werden sie sagen, geil, okay, cool, let's go, let's do it. Du brauchst deine Zeit, alles klar, take it. Und dann wirst du dir plötzlich darüber bewusst, was wirklich gesunde Beziehung bedeutet. Und dafür, und darüber möchte ich gerne jetzt mit dir sprechen, ist es so wichtig, wie kannst du gesunde Grenzen setzen? Wie kommst du da überhaupt hin? Und wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang von diesem Video gesagt, dass ich da selber noch voll drin bin, das gerade zu lernen. Und witzigerweise ist ja immer so, in dem Moment, wenn wir ja anfangen, uns über etwas bewusst zu werden, kommt es ja von allen Seiten. Dann ist ja plötzlich, fordert dich gefühlt alles und die ganze Welt dazu auf, Grenzen zu setzen. Was gerade für mich super spannend ist, das zu erleben, einfach weil meine Intention da gerade hingeht. Und dann ist das Leben so, ja, ist klar, du willst lernen, Grenzen zu setzen. There you go! Such dir eine Grenze aus! Und ich bin gerade dabei, das zu lernen. Und ich spüre aber auch schon in so vielen Lebensbereichen von mir die Benefits, also die Vorteile davon, Grenzen zu setzen. Weil ich werde so viel bewusster für mich, ich werde so viel bewusster für meine Bedürfnisse, für das, was ich wirklich brauche, für das, was mir wirklich gut tut. Und einfach generell auch bewusster im Hinblick auf dieses Thema, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Übernahme der Verantwortung für die Gefühle anderer Menschen. Und zu lernen, das bei jemand anderem sein zu lassen und gleichzeitig aber voll in die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu gehen. Halleluja! Das ist next level shit. Aber es ist so geil, weil es dich befreit. Es befreit dich einfach so sehr und es schenkt dir so viel neue Lebensenergie, so viel Klarheit. Und nein ist übrigens ein komplett vollständiger Satz. Gerade wir Frauen haben ja immer die Tendenz, uns dann erklären zu wollen, warum wir das jetzt brauchen, warum wir uns jetzt diesen Raum nehmen wollen, warum wir jetzt nein sagen. Nein! Du kannst einfach nein sagen. Und es ist vollkommen okay, dich nicht erklären zu müssen, wenn du etwas nicht möchtest. Du darfst einfach auch mal nein sagen. Und wie kommst du jetzt hin, für dich gesunde, emotionale Grenzen zu setzen in deinem Leben? Also, der erste Schritt ist vielleicht jetzt gerade hier schon in dem Podcast getan. und zwar bewusst werden, dass du dir keine gesunden Grenzen setzt oder anderen Menschen keine gesunden Grenzen setzt. Das ist überhaupt erstmal der erste Schritt, bewusst zu werden über die dysfunktionalen Muster, die in deinem Leben laufen, wie zum Beispiel keine gesunden Grenzen setzen. Denn, und das ist das Spannende, unsere Psyche ist da ja schon immer ziemlich smart, dass natürlich unsere Psyche, unser Unterbewusstsein, das keine Grenzen setzen, bis jetzt genutzt hat, weil es dachte, dass es damit sicherer ist, weil du in deiner Kindheit eben gelernt hast, dass es verdammt unsicher für dich ist, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen oder klar zu kommunizieren, wer du bist, dich in deiner vollen Authentizität zu zeigen, hast du gesagt, okay, nein, viel sicherer ist es für mich, die ganze Zeit mit meinen einer Millionen Antennen im Draußen zu sein, zu gucken, okay, was braucht er, was braucht sie, was muss ich da machen, wie kann ich mich hier verhalten, dödödödödö. Weil dann bin ich sicher. Dann kann die Beziehung zu den Menschen, die für mein Überleben verantwortlich sind, zum Beispiel meine Eltern oder Großeltern, bestehen bleiben. Dieses Muster übernimmt jetzt dein Unterbewusstsein, denkt sich so, check, so machen wir das jetzt unser Leben lang, weil funktioniert ja fürs Überleben. Macht uns zwar nicht glücklich, aber es funktioniert fürs Überleben. was dazu führen wird, dass du dir übrigens immer Partner und Partnerinnen in dein Leben ziehen wirst, die dich extrem darin unterstützen werden, keine Grenzen zu setzen, damit du es eben lernen kannst, Grenzen zu setzen. Also du wirst Menschen anziehen, die dieses Muster in dir noch mehr verstärken werden. Das sind genau die Menschen, nach denen du suchen wirst. Und das ist wirklich so der erste wichtige Punkt für dich, da hinzugehen und da hinzufühlen, zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, wo ich überall keine gesunden Grenzen setze. Ich gucke jetzt mal, wo ich einfach sage, so ja, ja, passt schon, passt schon, obwohl es in Wahrheit überhaupt nicht für dich passt. Das ist der allererste Schritt, wirklich mal eine ehrliche Grenzeninventur in deinem Leben zu machen und dich mal reinzufühlen, wo sage ich ja, wo ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nein sagen möchte. Wo tue ich Dinge, die ich nur tue, weil ich denke, wenn ich sie tue, dann bleibt die Beziehung bestehen. Big one. Was sind Dinge, die du tust, die du nur tust, weil du weißt, wenn du sie nicht tun würdest, würde die Beziehung nicht weiter bestehen? Also was sind Dinge, die du aus Angst tust? Aus Angst davor, zum Beispiel einen anderen Menschen zu verlieren? Aus Angst davor, deinen Job zu verlieren? Aus Angst davor, jemanden vor den Kopf zu stoßen? Und es geht jetzt nicht darum, im ersten Schritt überall hinzugehen und nur noch nein, 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 nein zu sagen, sondern im ersten Schritt geht es wirklich darum, überhaupt erstmal bei dir anzukommen und ehrlich da reinzugehen und zu sehen, wow, okay, wow. Und vielleicht ist es bei dir eher dein Arbeitsumfeld, wo es dir schwerfällt, nein zu sagen. Vielleicht ist es bei dir eher deine privaten Beziehungen, wo es dir schwerfällt, nein zu sagen. Bei mir ist es alles. Also wirklich fast alle Beziehungen gewesen, wo es mir schwerfällt, nein zu sagen. Aber tatsächlich im Beruflichen fällt es mir ein bisschen leichter, weil da natürlich noch eine größere Distanz da ist, als in meinen privaten Beziehungen. Da war das bis jetzt immer schwieriger. Und überhaupt erstmal im ersten Schritt wirklich in dieses liebevolle Bewusstsein reinzugehen von okay, wo sage ich gerade ja, wo ich eigentlich nein sagen möchte. Ja? Wo sage ich gerade nein, wo ich eigentlich ja sagen möchte. Beispiel. Vielleicht gibt es, würdest du eigentlich gerne irgendwie immer am Tanzkurs teilnehmen oder einen Malkurs machen oder an einem Seminar teilnehmen oder was auch immer. Hast aber Angst davor, dass dein Partner oder deine Partnerin das doof findet und deswegen machst du es nicht. Red Flag Inside Yourself zu sagen, warte mal, warte mal, warte mal. Wo bin ich hier gerade irgendwie mit meinem Partner oder meiner Partnerin oder meinen Freunden oder meiner Familie so eins und überhaupt nicht mehr ich und achte nicht auf das, was ich brauche und was für mich wichtig ist. Also Schritt eins, wirklich in dieses liebevolle Bewusstsein zu kommen, wo setze ich keine Grenzen. Und dann im nächsten Schritt und das ist tatsächlich mit das Intensivste daran, in die innere Heilungsarbeit dann auch zu gehen und zu gucken, okay, warum setze ich eigentlich keine Grenzen? Was sind wirklich diese alten dysfunktionalen Muster, die Ängste, die ich in mir trage, die mir den Hals zu schnüren in dem Moment, wo ich nur darüber nachdenke, Nein zu sagen oder klar zu sagen, was ich brauche, was mir wichtig ist. Im nächsten Schritt und da ist es zum Beispiel wirklich so schön, entweder mit einem Coach zu arbeiten, mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten zu arbeiten mit, es gibt so, so unfassbar tolle Menschen. Ich war zum Beispiel vor zwei Wochen, ich kann es so sehr empfehlen, ich hatte vor zwei Wochen eine Grinberg-Sitzung, ich hatte das schon mal vor sechs Jahren, das war schon so krass und irgendwie hatte ich es dann wieder vergessen und ich hatte letztens so ein großes Blutbild gemacht und der Arzt, super toller Arzt, meinte dann so, hey, kennst du auch die Grinberg-Methode und ich war so, ja, kenne ich, ich habe witzigerweise die letzten Wochen super viel drüber nachgedacht und er meinte, ja, mein Kollege hier macht Grinberg, willst du da nicht hingehen in eine Session machen? Da meinte ich so, auf jeden Fall und dann hatte ich ein paar Tage später da die Session und es war so toll, also so intensiv, also für alle Menschen, denen es schwerfällt, zum Beispiel über ihren Kopf kognitiv an Muster ranzukommen, an Glaubenssätze ranzukommen, kann ich die Grinberg-Methode so sehr empfehlen, also neben Hypnose die Grinberg-Methode, weil du über deinen Körper, über das, was du fühlst, direkt zu den Themen kommst, also es ist eine andere Herangehensweise quasi und ich fand es so toll, ich bin völlig begeistert, also es war sehr, ich glaube, es war eines der intensivsten Dinge, die ich seit langer Zeit gemacht habe und ich glaube, es hat drei, vier Tage gedauert, bis sich da alles in mir wieder gesetzt hat und sich so das Gefühl hat, okay, so, got myself back, aber es war krass, das, was für mich dabei rausgekommen ist oder das, was ich daraus für mich fühlen konnte und in die Tiefe, in die ich gehen konnte, in bestimmte Themen, an denen ich gerade bearbeite bei mir und ja, also Grinberg-Methode kann ich zum Beispiel wahnsinnig empfehlen, Hypnose kann ich empfehlen, EFT kann ich empfehlen, EMDR kann ich empfehlen, Coaching kann ich empfehlen, Therapie kann ich empfehlen, also schau da für dich wirklich, wer oder was kann dir dabei helfen, zu der Ursache auch zu gehen, zu dem Kern, warum es dir so schwerfällt, Grenzen zu setzen, weil natürlich ist es im nächsten Schritt dann das eine, ist auch aktiv im Außen zu verändern, aber es ist viel einfacher, aktiv etwas im Außen zu verändern, wenn die Ursache in dir nicht mehr wirkt, ja, also wenn du wirklich in dir sicher bist, in dir weißt, es ist für mich sicher, Grenzen zu setzen, ich darf Grenzen setzen, es ist für mich okay und ich bin sogar in der Lage jetzt als erwachsene, große Laura mit den eventuell daraus resultierenden Konflikten umzugehen, die entstehen, dadurch, dass ich Grenzen setze. Und das ist bei mir sozusagen das andere Thema, wo ich aber mittlerweile sehr, 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 sehr viel besser drin bin, Konflikte auszuhalten und in Konflikt auch reinzugehen und Konflikte in meinem Leben zu erlauben, weil früher war ein Konflikt für mich, da kriege ich Schnappatmung, weil für mich ist Konflikt gleich absolutes Worst Case Trennungsszenario, also Konflikt war für mich gleich Konflikt ist Trennung und mittlerweile bin ich so, okay, Konflikt ist richtig geil, Konflikt hat so viel Potenzial, dass daraus was viel Besseres entstehen kann, dadurch, dass danach Klärung entstehen kann, dass noch mehr Nähe entstehen kann, also ich habe es tatsächlich geschafft, Konflikt für mich mittlerweile ganz, ganz neu zu definieren und das ist natürlich super hilfreich, jetzt im nächsten Schritt dann für mich zu lernen, gesunde Grenzen zu setzen, weil ich nicht mehr diese Angst vor den Konflikten habe, die daraus entstehen könnten. Also wirklich der zweite Schritt ist, nimm dir die Zeit, den Raum, die Hilfe, die es braucht, um für dich wirklich im Kern zu verstehen, was sind die Muster, die in dir wirken, die dich eine solche Angst davor haben lassen, Grenzen zu setzen. Weil wenn du diese Muster für dich heilst, wenn du diese Muster für dich wirklich transformieren kannst, heilen kannst, integrieren kannst, dann bist du auf einer ganz anderen Ebene bei dir, mit dir verbunden. Und deswegen ist es eben eigentlich auch was total Schönes, da durchzugehen, weil es dir so viel von dir selbst zurückgeben wird. Es wird dir deine Bedürfnisse zurückgeben, es wird dir die Verbindung zu dir selbst, es wird dir so wahnsinnig viel schenken. Also erlaube dir, wirklich da auch hinzugehen, mit professioneller Hilfe zu gucken, okay, was liegt eigentlich dahinter, was ist die Urangst, die ich habe, wenn ich eine Grenze setze. Und das ist ja wie so ein, ja, wie so ein Gewebe, eigentlich wahrscheinlich aus vielen unterschiedlichen Gründen, die für dich darin wirken, warum du so eine Angst hast, davor Grenzen zu setzen. Es können Glaubenssätze sein, wie, ich bin es nicht wert, Grenzen zu setzen, meine Bedürfnisse sind es nicht wert, das ist für mich nicht sicher, kann ja ganz, ganz, ganz viel dahinter stecken. Und da wirklich zu erlauben, in die Tiefe zu gehen, da rein zu fühlen, kann so viel verändern und so viel heilen. Das ist eine. Der dritte Schritt ist dann tatsächlich, zu üben, Nein zu sagen. Und, oder ja, je nachdem, was es bei dir ist, worum es geht, worum es geht, deine Bedürfnisse zu kommunizieren und das kann, kann eben ganz klein sein, es kann im Großen sein und wirklich für dich mal ganz klar darüber zu werden, was ist dir wichtig in deinem Leben? Was ist für dich wichtig? Was brauchst du? Also sozusagen, der Schritt eins ist ja wirklich so in die Grenzinventur zu gehen, wirklich zu gucken, okay, wo, wo setze ich eigentlich keine Grenzen? Und Schritt zwei ist zu gucken, okay, warum mache ich das eigentlich nicht? und Schritt drei ist dann für dich wirklich zu gucken, okay, wo brauche ich denn eigentlich eine Grenze? Was ist mir denn eigentlich wichtig? Was sind denn meine Bedürfnisse? Was ist mir wirklich wichtig? Was sind es für mich Dinge, die nicht verhandelbar sind? Wo ist es für dich wichtig zu sagen, Stopp, nein, hör auf! Das musst du für dich herausfinden, da musst du für dich hingehen, da brauchst du für dich Klarheit. Und das findest du unter anderem auch gut heraus, indem du bewusst bei dir bist, indem du anfängst, eben nicht mehr die ganze Zeit im Außen zu sein und die ganze Zeit zu gucken, okay, was brauchen alle anderen, sondern dir hier mal die Erlaubnis gibst, in diesen Check-in mit dir selbst zu gehen und zu gucken, okay, wo würde ich heute gerne Ja sagen? Wo würde ich heute gerne Nein sagen? Oder in den nächsten Wochen, was sind Dinge, die anstehen, wo du gerne Ja sagen möchtest oder wo du gerne Nein sagen möchtest? Und da wirklich in diese innere Inventur deiner Bedürfnisse, der Dinge, die für dich wichtig sind, deiner Werte zu gehen, um sie dann im nächsten Schritt, das wäre dann quasi Schritt 4, es zu kommunizieren und zwar klar, freundlich und transparent. Man kann ja ganz klar, nein, das möchte ich nicht sagen, nein, das passt für mich nicht, nein, das fühlt sich für mich nicht stimmig an. Und die Reaktion beim Anderen zu lassen oder der Anderen, es ist nicht in deiner Verantwortung, was die Reaktion darauf ist. Weil das habe ich ja auch schon gesagt, es wird Menschen geben, die werden dich dafür feiern, dass du Grenzen setzt und es wird Menschen geben und es wird Menschen geben, die werden es schrecklich finden, dass du anfängst, Grenzen zu setzen. Das ist nicht in deiner Verantwortung. In deiner Verantwortung ist es für dich, Grenzen zu setzen, für deine Bedürfnisse einzustehen. Und gleichzeitig, und das finde ich ist eben das Schöne, wenn wir damit anfangen, ist, dass du nicht nur dir die Möglichkeit gibst, es zu lernen, sondern gleichzeitig gibst du auch den anderen Menschen die Möglichkeit, dich viel besser kennenzulernen. Wirklich herauszufinden, wer du bist, was dir wirklich wichtig ist, wer du sein möchtest. Und nicht nur das, du gibst generell deinem Leben die Möglichkeit, wesentlich authentischer zu werden. Und auch den Menschen um dich herum die Erlaubnis ebenso für ihre Bedürfnisse, für ihre Werte, für das, was ihnen wichtig ist, einzustehen und auch das zu respektieren und zu akzeptieren. Und du lernst, mit Konflikten umzugehen und Konflikte auszuhalten und ein Leben nicht mehr aus der Angst herauszuführen, verlassen zu werden, nicht mehr geliebt zu werden, alleine gelassen zu werden, weil das sind alles Ängste von unserem inneren Kind, was diese Ängste noch hat. Und das ist Schritt zwei, damit zu arbeiten, das zu stärken. Und das ist eben auch ein riesiges Geschenk, das anzufangen zu stärken und gleichzeitig zu verstehen, du bist jetzt erwachsen, du bist groß, du hast alles, was du brauchst, um für dich einzustehen. Du hast alles, was du brauchst, um auch einen Konflikt zu durchstehen, zu bestehen und daraus eventuell sogar was Neues, Kraftvolles, Klares erschaffen zu können. Grenzen setzen schafft Klarheit. Unglaublich viel Klarheit. Und ja, es ist ein bisschen schwierig manchmal und es ist beängstigend am Anfang und das ist eben auch so wichtig. Es kann sein, dass du jetzt so voll ambitioniert und motiviert anfängst, eine Grenze zu setzen und dann hast du aber jemanden dir gegenüber, der dann anfängt und sagt, sag mal, kannst doch jetzt nicht wirklich einfach Nein sagen. Und dann geht die Stimme in dir an und denkst auch so, nee, stimmt, nee, stimmt, ja, nee, hast recht, nee, nee, dann Ja. Und dann fährst du abends nach Hause und denkst dir, verdammter Mist, ich wollte Nein sagen, jetzt habe ich doch wieder Nein gesagt. Erlaube dir, es ist Nein sagen, Grenzen setzen, es ist wie ein Muskel, den du trainieren wirst. Und es kann gut sein, dass du die ersten 15 Male seitlich, vorwärts, rückwärts, keine Ahnung, wie auch immer, vom Pferd fällst. Es wird passieren, I promise, es wird passieren, dass du abends im Bett liegst, wenn du eine Grenze gesetzt hast und sie gehalten hast, das in dir die Hölle angeht und du denkst, fuck, ich bin, bin ich, durfte ich das, war das richtig, wird die Welt morgen untergehen, werde ich noch aufwachen. Ja, willst du, die Welt wird weiter existieren und sie wird sogar zu einem schöneren Ort werden, einfach weil du immer ehrlicher wirst. Arbeite mit all dem, was da ist, es gehört alles dazu, werte dich nicht dafür ab, vergib dir selbst, wenn das kommt, es ist in Ordnung, es darf da sein, es ist ein Prozess, aber fang verdammt nochmal an, für dich einzustehen. Fang an, nein zu sagen. Werd groß, werd erwachsen, steh für dich ein, hör auf, dich scheiße behandeln zu lassen von Menschen, die davon profitieren, die davon profitieren, dass du Erwartungen denkst, erfüllen zu müssen, und die du eigentlich nicht erfüllen möchtest. Du hast jedes, jedes Recht der Welt, nein zu sagen. Deine Gefühle sind berechtigt. Deine innere Welt ist berechtigt. Deine Bedürfnisse sind berechtigt. Und der einzige Mensch, der all diese Dinge für dich vertreten kann und dafür eintreten kann, bist du. Also erlaube dir, dir diesen Raum in deinem Leben zu nehmen. Erlaube dir Menschen, um dich herum zu haben, die deine Grenzen akzeptieren und die dich vielleicht sogar darin unterstützen, deine Grenzen zu setzen. Also, lass dir keine Schuldgefühle einreden, wenn du Grenzen für dich setzt, bleib bei dir, fang immer wieder an, es ist ein Muskel, den du trainieren wirst und du wirst merken, wie es sich mittel- und langfristig so positiv auf deine Psyche, auf dein Leben, auf alles auswirken wird, weil du einfach echter wirst in dir, weil du für dich einstehst, weil du das dein inneres Kind an die Hand nimmst und sagst, I got this. Ich passe jetzt auf uns auf. Ich bin jetzt klar. Und dein inneres Kind wird dir das eine Million Mal danken. Weil solange du das nicht machst, denkst du, es muss die Kontrolle über dein Leben haben. Und das funktioniert meistens nicht so gut. Also, ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Das war jetzt sehr intuitiv, sehr, ja, das, was es halt war. Aus dem Herzen gesprochen. Und ich hoffe, dass du für dich mitnehmen kannst, dass es wirklich darum geht, wie wertvoll und wie wichtig und wie gut und gesund es ist, Grenzen zu setzen. Lass dir da von niemandem etwas anderes einreden. Kümmer dich um dich, kümmer dich um deine Werte, kümmer dich um deine Bedürfnisse, steh für dich ein und lass dich nicht schlecht behandeln. Ganz einfach. Und du bist nicht verantwortlich für die Gefühle anderer Menschen. Okay? Du bist verantwortlich für dich und für deine Gefühle. Du musst nicht die Verantwortung für die Gefühle anderer Menschen übernehmen. Und auch wenn du verstehen kannst, warum sich jemand anderes so verhält, weil der Mensch selber verletzt ist, etc. pp. Ist das nicht das Recht dafür, dich schlecht zu behandeln. Du darfst verstehen und sehen können, wie jemand ist und dass dieser Mensch verletzt ist und traumatisiert und alles, was dazugehört. Und du darfst trotzdem sagen, und das hier ist meine Grenze. Du darfst im Mitgefühl mit diesem Menschen sein, aber wenn dieser Mensch sich dir gegenüber wie ein Arsch verhält, dann ist das ein guter Grund, eine Grenze zu setzen. Und das können Arbeitskollegen sein, das können Menschen aus deinem engen Umfeld sein, das können Verwandte sein, das können Fremde sein. Du hast das Recht, für dich zu sorgen. Nein ist ein vollständiger Satz, den du bitte in dein Repertoire mit aufnimmst und ihn so häufig wie möglich nutzt. Also fühl dich von Herzen umarmt. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Schau unfassbar gerne bei mir bei Instagram vorbei at lauramarlinaseiler und lass mir deine Gedanken zu der Folge unter dem Poster. Du kannst ja gerne vielleicht noch ein, zwei Tipps teilen, was dir dabei hilft, Grenzen zu setzen oder wo du vielleicht gerade am meisten struggelst. Also lass uns da unfassbar gerne austauschen. Und ja, ich schicke dir ganz viel Liebe, riesen Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Pass auf dich auf, wird die Ohren steif und lass dich nicht unterkriegen und mach dein Ding. Sei du selbst. Schmeiß dich da raus in die Welt. All in. Dieses Leben gehört dir. Ja. Also, schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste. Deine Laura. Das Programmier. Das Programmierer. Ja. Ja. Vielen Dank.